Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute das Fischgrätmuster, im Englischen auch Herringbone Stitch genannt, vorstellen. Und zwar wie man das stricken kann. So sieht das Ganze aus. Also es erinnert so etwas an ein Fischgrätmuster. Wirklich sehr, sehr schönes Muster. Es ist relativ kompakt, so sieht die Rückseite aus. Ich finde, das eignet sich zum Beispiel sehr gut für so Dekoartikel. Sei es zum Beispiel, wenn man eine Blumenvase umstricken will, dann könnte man hier so eine schöne Umrandung machen. Oben dann vielleicht so mit festen Maschen abhekeln. Oder für einen kleinen Teppich oder Sitzkissen, Topflappen, einen Schal. Also da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Könnt ihr auch selber mal nochmal im Internet gucken. Und genau, das besteht auch nur aus zwei Reihen. Ist ein bisschen schwieriger zu stricken, aber wenn man mal ein paar Reihen oder ein bisschen Übung hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Und zwar könnt ihr eine beliebige Maschenanzahl anschlagen. Ich habe jetzt in dem Fall 20 Maschen angeschlagen. Also ich bin jetzt ja auch schon mal mittendrin im Muster, weil so die ersten zwei Reihen, die sind einfach nochmal schwerer von der Handhabung, aber es wird genauso gestrickt. Also ihr schlagt einfach die gewünschte Maschenanzahl an und fangt dann jetzt genauso an, wie ich es euch jetzt zeige. Reihe Nummer 1, nachdem ihr die Maschen angeschlagen habt, ist, dass ihr hier in diese beiden Maschen rechts verschränkt reingeht. So als würdet ihr sie rechts verschränkt zusammenstricken. Also hier hinten. Nicht hier von vorne einstechen, sondern rechts verschränkt. Also von hinten. Ach so, was ich noch sagen wollte. Wichtig bei dem Muster ist, dass ihr immer so circa 2-3 Nadelgrößen die Nadel größer nehmt, wie für die vorhergesehene Wolle. Ich weiß jetzt gar nicht, das hier ist eine 8er. Ich glaube, die Wolle ist geeignet für eine 6er Nadel, einfach weil es halt auch relativ eng zu stricken ist und man muss es relativ locker stricken. Sieht auch so ein bisschen, ja fast wie gewebt aus. Also, ihr geht rechts verschränkt in diese beiden Maschen rein, stricken und jetzt hier die oberste Masche wird einfach fallen gelassen. Also hier hoch und fallen lassen. Und die andere bleibt auf der Nadel. So, dann wieder die nächsten beiden rechts verschränkt einstechen. So. Dann abstrecken und aber nur die oberste Masche abheben und fallen lassen. So, das war es auch schon vom Prinzip. Einstechen, Faden holen und die oberste lasse ich fallen. Hier gucken, möglichst locker zu bleiben. Das ist so am Anfang etwas schwierig. Immer jetzt 2 Maschen zusammen stricken und die oberste fallen lassen. Ihr könnt es natürlich auch hier mit der rechten Nadel abheben. Und so stricken wir das bis zum Ende. Immer 2 Maschen rechts zusammen. Und nur die oberste fallen lassen. Bis zum Ende der Reihe. So, ich bin jetzt bei den letzten 2 Maschen angelangt. Auch die stricke ich nochmal so ab. Oberste lasse ich fallen. Und am Ende bleibt dann noch eine Masche übrig. Und die stricke ich jetzt auf der Vorderseite rechts verschränkt ab. Und habe jetzt Reihe Nummer 1 fertig. Jetzt kommt Reihe Nummer 2, die Rückseite. Und mehr ist es dann auch nicht bei dem Muster. Die geht auch ein bisschen einfacher zu stricken. Dann nehmt ihr den Faden nach vorne und strickt die nächsten beiden Maschen links zusammen. Also einstechen und links stricken. Aber auch hier noch nicht abheben. Und dann hier die oberste runter schubsen. Dann wieder die nächsten beiden wie zum links stricken. Einstechen und nur die oberste Masche abheben. Hier wieder links stricken. Oder ihr hebt einfach die oberste Masche mit der rechten Nadel ab. Genau. Also hier Faden vor die Arbeit. Zwei Maschen links zusammen stricken. Und die oberste abheben. Und auch das wieder bis zum Ende der Reihe. So, ich bin am Ende von der Rückreihe. Zwei Maschen habe ich hier noch übrig. Auch hier links stricken. Die oberste abheben. Dann habe ich hier noch eine Masche übrig. Und hier diese Randmasche stricke ich auf der Rückseite links. So und das war es auch schon. Dann beginnt das gleiche Spiel von vorne. Und so sieht das Muster aus. Ich zeige euch trotzdem jetzt einfach nochmal von beiden Reihen den Anfang. Auf der Hinreihe dann einfach wieder rechts verschränkt einstechen. Faden holen. Und die oberste abheben. Und so weiter. Wieder rechts verschränkt einstechen. Faden holen. Und nur die oberste abheben. bis zum Ende. Am Ende der Reihe. Auch noch einmal zusammen stricken. Und die letzte Masche rechts verschränkt. Ihr könnt dann natürlich auch andere Randmaschen dann verwenden. Und die Rückreihe. Der Faden vor die Arbeit. In die nächsten beiden Maschen einstechen. Wie zum links stricken. Halblinks abstricken. Und die oberste abheben nur. Wieder einstechen. Links stricken. Und abheben. Und so weiter. Ich denke, das Prinzip dürfte jetzt klar sein. Ich stricke auch noch mal bis zum Ende. So, hier bin ich bei den letzten zwei Maschen. Einmal nochmal abheben. Und die einzelne Masche stricke ich dann links. So. Das war das Fischgegmuster. Herringbone-Stitch genannt auch. Und ja. Das Ganze kann man übrigens auch häkeln. Das finde ich fast sogar noch einen Tick leichter. Wenn ich da das Video fertig habe, stelle ich euch das auch unten in die Videobeschreibung. Und ja. Ich hoffe, das hat euch etwas inspiriert. Vielleicht könnt ihr das ja mal anwenden für ein Projekt, was ihr habt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Muster. Und ja. Bis ganz bald. Eure Maschenmarie. Und ja. So.